Roundabout ist cool! Ich heiße Imi Jonah und bin neun Jahre alt. Ich möchte einfach das lernen, was ich hier lernen. Ich finde das Ganze mega cool, aber ich möchte das Palette. Das ist halt nah bei mir. Und das ist bei mir genau wie für Piera. Und es hat mir wunderbar, wie man so Sachen macht. Zum Beispiel das Kleid und so. Und ich finde es auch mega cool. Und ich bin froh, dass ich hier gekommen bin. Ich bin Ramona und bin neunisch. Weil ich roundabout mega cool bin. Und ich will auch gerne tanzen. Weil mir cool ist, dass alle mittanzen. Und dass wir auch so mega viel müde ziehen. Ich bin Florina und ich bin zehn. Also ich habe schon viele Mal gewünscht, dass ich tanze und sehr viel lernen. Und ja, ich tanze auch daheim. Und ja. Wir haben so in der Schule Zettel bekommen. Und dann habe ich halt mir überlegt, ob ich da mitgekommen. Und ich so, okay, dann geht's. Weil ich finde alles gut. Alles gut! Wir sehen uns dieses Stück also. Let's spend!